Expertenanhörung. Die SPD hat ja geäußert, dass sie sich auf jeden Fall gegen den Antrag entschieden wird. Meinst du, diese Expertenanhörung bringt überhaupt noch was? Das denke ich auf jeden Fall, weil das noch mal eine Gelegenheit ist, für unsere Experten ganz deutlich Stellung zu nehmen und die wissenschaftlichen Gründe zu nennen, warum Delfinarien abzulehnen sind. Und ich finde, dass das Thema jetzt noch mal eine Öffentlichkeit hat, auch wenn die SPD es gerne totschweigen will, ist schon wichtig. Und deshalb ist die Anhörung auch wichtig. Wie schätzt du, werden sich denn die Grünen verhalten? Ja, das wird eine ganz spannende Sache werden. Ich kann es noch nicht genau beurteilen. Ich weiß ja nur, dass die beiden Experten von den Grünen ganz klar gegen Delfinarien sind. Das sind richtig gute Experten. Ich könnte mir vorstellen, da der eine Experte das Säugetiergutachten angreift, dass sie sich bei unserem Antrag auch ablehnend verhalten, aber einen Alternativantrag einbringen werden. Das machen sie ja häufig, unsere Anträge ablehnen, um dann fast das Gleiche irgendwie selbst einzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann darauf abzielt, dass die Duisburger endlich ihre Dokumente rausrücken müssen, dass die Landesregierung dazu verpflichtet wird, ein neues Expertengutachten zu erstellen, ganz speziell zum Duisburger Delfinarium. Und dass das der Weg der Grünen sein wird. Sie können sich allerdings sicher sein, wenn sie den Antrag ablehnen, wir werden eine namentliche Abstimmung machen, die sollen sich alle schön für Delfinarien bekennen und unseren Antrag ablehnen. Gut, ihr müsst jetzt noch die Experten vorbereiten. Wir sehen uns dann nach der Anhörung nochmal und dann frage ich dich, wie es gelaufen ist. In 17 anderen europäischen Ländern sind Delfinarien inzwischen verboten. Deutschland rübt sich ja immer Vorreiterrolle in allem zu sein. Wo sind wir da die Vorreiter, wenn wir immer noch intelligente Lebewesen in kleinen Pfützen einsperren? Ja, das kann doch nicht sein. Also, liebe SPD-Landtagsfraktion, liebe Grünen-Landtagsfraktion, stimmt bitte dem Antrag der Piraten zu. Sorgt dafür, es wird so viel Geld ausgegeben von unseren Steuergeldern. Sorgt dafür, dass Geld da ist, damit diese Delfine ausgewildert werden können. Und sollte dieses Auswildern nicht möglich sein, was wir nicht glauben. Ja, und was auch führende Wissenschaftler nicht glauben. Dann wäre zumindest eine betreute Meeresbucht eine etwas artgerechtere Haltung, als sie jetzt in diesem Delfinknast überhaupt stattfindet. Freiheit für die Delfine! Freiheit für die Delfine! Freiheit für die Delfine! Freiheit für die Delfine! Ja, die Anhörung ist vorbei. Ihr hattet gerade noch ein kurzes Gespräch mit den ganzen Gästen von außerhalb. Wie war denn die Anhörung? Also, ich fand die Anhörung bezüglich der Ergebnisse sehr erfolgreich. Das heißt jetzt nicht, dass die SPD plötzlich in unserem Antrag zustimmen wird. Aber man hat doch sehr deutlich gesehen, dass die Aussagen von den Zodirektoren Luftnummern waren und zum Teil auch eine richtige Unverschämtheit, während unsere Experten und die Experten der Grünen wirklich fundiert mit ihrem Wissen gepunktet haben. Jetzt haben wir da eben auch noch eine zweite Person auf dem Bild. Ich habe die extra mal mitgenommen, auch wenn sie es nicht wollte. Erklär doch mal ganz kurz, warum die Julia mit auf dem Bild ist. Ja, die Julia ist hier mit auf dem Bild, weil wir machen das ja mit der Basisarbeit. Das heißt, der Antrag ist so entstanden, dass wir den im Arbeitskreis unseres Ausschusses zusammen erarbeitet haben. Und als er dann fertig war, haben wir ihn hier im Landtag eingebracht. Das heißt, das ist die Vorgehensweise, die wir idealerweise präferieren. Und da Julia Teil des Arbeitskreises ist, ist sie jetzt hier mit dabei. Genau. Von dir kam dann auch der Input, diesen Antrag aufzunehmen, ne? Ja, ich habe abends auf der Couch irgendwann mal drüber nachgedacht, dass es doch eigentlich ein recht großes Problem ist und habe mich dann hingesetzt und mal was ins Bett getippert. Habe das dann dem Arbeitskreis gezeigt und Feedback gebeten. Habe mir Korrekturen von denen geben lassen. Klingt doof. Und letztendlich haben wir das dann auf dem nächsten Programmparteitag, der sich geboten hat, vorgestellt. Es wurde mit, glaube ich, kompletter Mehrheit angenommen. Anstimmig. Genau. Und so hat es dann den Weg in den Landtag gefunden. Super. Wie wird es denn jetzt nach der Anhörung, ich habe eben schon mal gefragt, aber wie werden jetzt die nächsten Schritte sein, die ihr einleiten wollt? Der nächste Schritt ist jetzt ganz einfach, dass die Ergebnisse der Anhörung ausgewertet werden von jeder Fraktion. Und dann geht der Antrag in den Ausschuss, wird dort noch mal debattiert, allerdings nicht final abgestimmt, weil wir das umgekehrte Verfahren gewählt haben. Das heißt, wir haben noch mal die Gelegenheit im Plenum dazu zu reden. Nach Aussagen aus den Medien wollen SPD und Grüne das allerdings in den Herbst schieben. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern. Und jetzt so, bis jetzt das so kommt, habt ihr da irgendwelche Punkte, die ihr jetzt aus der Anhörung mitnehmen können, wie Akteneinsicht oder sonst irgendwas? Auf jeden Fall. Wir haben auf der einen Seite wirklich das konkrete Angebot vom Zoodirektor Winkler aus Duisburg, dass wir als Abgeordnete die Zuchtbücher uns anschauen können. Das werden wir auch machen. Ansonsten müssen wir noch mal gucken, ob das Informationsfreiheitsgesetz auch nicht auch in die gesamten Daten drankommt. Alles klar. Wenn ihr was verwisst, dann komme ich wieder und wünsche euch jetzt einen schönen Abend und nochmal Gratulation zu dieser super Zusammenarbeit Basis MDL. Danke. Danke schön. So, hallo nochmal zusammen. War eine längere Session als geplant, was ich aber sehr gut fand, weil ich hatte eigentlich erst den Eindruck gehabt, dass die das Thema wirklich schnell abbügeln wollen, weil das war ja eigentlich von 14 bis 16 Uhr angesetzt und habe mich dann auch sehr gewundert, dass der Ausschussvorsitzende, wir haben ja vorher noch eine kleine Runde zusammen mit uns Obleuten gesprochen hat und gesagt hat, nee, wir können so viel Fragerunden, wie gebraucht wird, können wir auch durchziehen und das fand ich jetzt eher ungewöhnlich und fand ich aber auch sehr gut. Ich fand auch die Statements zum Teil sehr bezeichnend, sowohl im Positiven, eben die Aussagen wie zum Beispiel von Herrn Entrup, als auch im Negativen, das doch sehr Substanzlose, was da zum Teil, oder teilweise auch Unverschämte, was von den Zoodirektoren da losgelassen wurde. Also so Highlights, ich habe das gerade schon gesagt, wie Chlorwasser ist ja auch für besser als die dreckige Brühe, wo sie draußen schwimmen oder wir benutzen ja auch einen Regenschirm und einen Regencape, wieso sollen die denn irgendwie Regen spüren? Also das ist schon ziemlich krass. Ansonsten danke, dass ihr alle hier wart, dass ihr das praktisch schon seit 12 Uhr begleitet habt, finde ich total klasse und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Ansonsten machen wir jetzt eine lockere Runde, denke ich. Ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen, weil da vorne zwei Mitglieder aus unserem Arbeitskreis für Tierschutz, Umwelt und Naturschutz sitzen und der Antrag ursprünglich auch mit von dem in den Herbst schieben. Und das war ja den Medien zu entnehmen, dass sie es wohl in den Herbst schieben wollen. Das müsste man nicht. Man könnte auch sagen, wir gucken jetzt den nächsten Ausschuss und dann das nächstmögliche Plenum. Also es wäre auf jeden Fall noch vor der Sommerpause. Aber die wollen es in den Herbst schieben. Das heißt, wir haben ja diesmal umgekehrtes Verfahren gewählt. Das heißt, als wir den im Dezember eingetragen haben, habe ich dazu nicht im Plenum geredet. Das war auch der Haushaltsdebatte geschuldet. Das sind dann immer so Plenumstage, die bis 23 Uhr dauern. Und wenn man abends um 10 Uhr, um 11 Uhr nach über 12 Stunden im Plenum reden muss, dann ist das so. Und das war mir zu schade und zu wichtig, das Thema. Dann habe ich gesagt, wir machen ein umgekehrtes Verfahren. Das heißt, wir haben den im Dezember nur eingebracht. Wir haben dann die erste Ausschusssitzung gehabt. Da wurde dann beschlossen, dass wir dazu eine Anhörung machen. Das heißt, der nächste Schritt ist, der Antrag geht jetzt in den Ausschuss, wird da nochmal beraten. Und dann gibt es aber nochmal eine Schlussdebatte im Plenum, wo dann final abgestimmt wird. Das ist jetzt so der Weg. Da kann man nämlich auch die Herausgabe der Papiere verklagen. Also wir haben jetzt ja ein paar Informationen erhalten. Unter anderem, dass man das über das Informationsfreiheitsgesetz machen kann. Das ist sicherlich ein Weg, den wir versuchen werden. Soll ich mal eben was dazu sagen? Also unsere Klage, das Wahl- und Telfinenschutzforum hat im November 2012 Klage eingereicht. Ja. Wisst ihr, ne? So, nach dem Umweltinformationsgesetz, ersatzweise nach dem IFG, juristische Personen, die das WDSF ist als Gemeindexperiode, kann sich auch das UIG berufen. Wir waren ja schon beim Verwaltungsgericht, wo wir die Stadt im Visier hatten, aber der Richter uns bestätigt hat, nee, die Stadt hat keinen Beschaffungszwang oder keinen Beschaffungsauftrag und muss das auch nicht machen. Aber dann habe ich mir dann in das Urteil, in die Einstellung des Verfahrens bei der Stadt reinschreiben lassen, dass auf jeden Fall, und das haben wir nur schriftlich von dem zuständigen Richter, der auch der gleiche Richter ist, der jetzigen Kammer, nämlich der 26. Kammer beim Verwaltungsgericht, der uns dann bestätigt hat, dass der Zoo auf jeden Fall Auskunft geben muss. Also das Ding ist so eine Akte inzwischen, die haben sich da angeblich renommierte Rechtsanwälte geholt, die sich darauf berufen, dass eben die Zoo AG, die zwar zu 72 Prozent zur Stadt Duisburg gehört, aber eben eine autonome juristische Gesellschaft ist und nicht zur Auskunft verpflichtet wäre. Das würde im Klartext bedeuten, dass ja jeder Verein oder was weiß ich, jede Institution, die als Verein oder juristische Person geführt wird, überhaupt keiner Kontrolle mehr unterliegen würde bei den Kommunen. Die Kommunen, das Umweltamt ist die untere Fachaufsichtsbehörde, die würden aber sogar keiner Kontrolle unterliegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Klage da gewinnen. Ich werde da mit dem Herrn Dr. Maisack, das fand ich interessant, was der heute gesagt hat, da ist die Stellungnahme heute nachgeschoben worden, auf der Landtagsseite, also das ist hochgradig interessant, was der schreibt, jedenfalls für mich als Halbjurist, ich kann das verstehen. Also die Klage läuft, wir haben jetzt eine Mitteilung gekriegt, dass da Mitte des Jahres darüber entschieden werden soll. Parallel haben wir auch Klage eingereicht, weil Münster das ja auch nicht gemacht hat. Da gab es diese Münster Delfinarien GmbH, an der der Zoo übrigens nicht beteiligt war. Er hat ja, wenn das, hat er ja nicht verständlich drüber gemacht. Also und diese Wirtschaftlichkeitsberechnung hat mein Steuerbüro gemacht. Wir haben eben damals eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, 10 DIN A4 Seiten vorgelegt, aufgrund der Daten, die uns zur Verfügung standen und siehe da, die waren defizier mit ihrem Delfinarium. Das heißt also im Klartext, die sind viel besser klargekommen, nämlich mit einem Plus von 78.000 Euro, wenn sie das Delfinarium schließen. Also da konnten sie auch nicht mehr ganz dran vorbei. Die werden natürlich einen Teufel tun und sagen, hier der Ortmüller hat uns da irgendwelche Zahlen vorgelegt. Das war aber abgesiegelt. Und das Steuerbüro ist eben gutachtensberechtigt in dem Fall. Aber die Süßbürger arbeiten ja auch mit Minus. Das ist dramatisch. Also wir sind, ich stehe gerade mit der Bezirksregierung in Verbindung. Da steht jetzt eine Sitzung an, weil wir haben da ein bisschen so rumgewühlt jetzt, dass es defizier ist. Die Bilanz wird veröffentlicht im Bundesanzeiger. Der normale Zuschuss war bisher bis 2012 2,2 Millionen. Da hat aber die RWE jedes Jahr noch für fünf Jahre eine Million beigepackt. Jetzt fehlen denen plötzlich, jetzt sind sie noch defizierer, weil die Besucherzahlen sind ja unter einer Million abgerutscht, 2,2 Millionen. Dann haben sie letztes Jahr noch mal eine Million draufpacken müssen, sonst hätten sie faktisch Insolvenz anmelden müssen. Und dadurch, dass die Besucherzahlen noch mal runtergegangen sind, sind sie jetzt bei 3,8 Millionen für letztes Jahr. Und dann haben Sie ja auch den Preis erhöht und haben das Delfinarium vielleicht nicht? Ja, also was ist das? In der Wirtschaft würde man nie die Preise erhöhen, um den Umsatz zu erhöhen, weil nämlich dann die Kunden wegbleiben. Und genau das ist passiert. 100.000 Besucher weniger. Seit 13.04. stehen wieder fleißige Leute von uns. Ich weiß gar nicht, ob jemand hier dabei ist. Wieder wie seit Oktober 2010 vom Duisburger Zoo. 80.000 Flyer waren es bis Ende letzten Jahres. Ich will nicht sagen, dass das ausschließlich der Grund ist, dass die Besucher weggefallen sind, aber sicherlich ein wesentlicher Teil. Denn Fernsehumfragen haben nämlich gezeigt, dass die Leute mal gesagt haben, das wussten wir nicht. Wenn wir das gewusst hätten, wären wir nicht ins Delfinarium. Und diese ganze Öffentlichkeitsarbeit... Aber es zahlen Sie doch schon mit. Sie nutzen Ihre Zahnsmittel. Ja, ja, Sie zahlen es mit. Sie unterstützen das mittelbar. Also ich will nicht so weit gehen, um generell gegen den Zoo zu sein. Ich habe immer gesagt, ein Zoo müsste eigentlich eine Pflegestation sein. Dann hätte es eine Education-Wirkung auch für Schüler. Und was weiß ich, so ähnlich wie in Norden, da gibt es eine Robben-Auffangstation. Die päppeln die auf. Da können Schulklassen gucken können. Also das ist meine Vision vom Zoo. Und nicht nur die ganzen Hecken und die ganzen Tiergehege und was die da diese autistischen Verhaltensweisen von vielen anderen Tierarten. Aber da rächt sich jetzt der Zoo über den meisten sogar auf, dass so ein Orküller oder was weiß ich wäre, dass wir jetzt nicht gegen den Gesamtzoo sind. Denn man hat sich schon spezialisiert. Wir arbeiten mit den Meeresbiologen zusammen. Wir können jetzt nicht alle Bereiche. Dann hätten sie natürlich einen Hebel im Grunde genommen zu sagen. Warum finden das aber auch Leute, die da waren oder die Zoo besuchen wollten, wenn man dann sagt, wir sind nur gegen das Delfinarium, dann kommen die auch auf einen zu. Weil viele denken nämlich, wenn man da vorsteht, generell. Aber wenn man denkt, man ist ja nicht nur Delfinarium, dann ach so, wieso das denn? Und da kann man auch mit denen ins Gespräch. Und auch überhaupt nicht gegen eine Stadt zu sein oder was. Das sind ja vieles Lokalpatrioten. Die Politiker kennen das noch mehr, dass es ein ganz sensibler Bereich ist, nicht irgendwie einen wahnsinnig oder ganz viele vor den Kopf zu stoßen, weil sie es dann nicht verstehen, was man selbst meint. Also dann irgendwo Kompromissbereitschaft. Nur bis heute hat mich weder ein Dag Enke noch ein Achim Winkler, der mich in der Presse als Tierschwätzer bezeichnet, hat mich bis heute noch nicht zu einem Gespräch eingeladen. Ich würde sofort ja sagen. Der war auch recht unprofessionell. Also der Winkler, der hat sich komplett diskontifiziert heute, der Winkler. Ich meine, der soll ja sein Geld verdienen. Der kriegt 148.000 Euro brutto im Jahr und hat eine Pensionsrückstellung von 502.000 gebildet. Man soll ja nicht neidisch sein. Aber wenn der Zoo sozusagen fast pleite ist, also denen fehlten 600.000, die hat die Stadt jetzt noch mal nachgeschossen, damit sie nicht ganz abschmieren, damit sie überhaupt mal ihre Futtermittel kaufen können. Jetzt tagt da die Bundesregierung, es gibt eine Konsolidierungsmaßnahme, weil die unter Haushaltsaufsicht stehen. Also denen steht das Wasser bis hier oben hin. Deswegen hatte ich ja auch schon in den Medien die Frage gestellt, Leute, was macht ihr denn mit den gesamten Tieren, wenn sonst so pleite geht? Natürlich wird ja die Kommune wieder in die Tasche greifen müssen. Also da gehe ich noch so weit, dass es meines Erachtens nach EU-Recht überhaupt nicht zulässig ist, eine unter, ich sag mal, jetzt gibt es einen anderen Begriff, eine unter Haushaltsaufsicht stehende Kommune, dass die so hohe Zuschüsse geben darf. Das hat mir übrigens Bezirksregierung auch bestätigt, dass es eine Freizeiteinrichtung ist, wie eine Oper. Das wurde ja alles heute argumentiert, wo die Stadt überhaupt nicht verpflichtet ist, das zu stützen. Und da begreife ich jetzt aus meiner beruflichen Sicht rein, um das eben zu pushen. Das andere lassen wir parallel laufen. Aber die erste Frage war, wegen was, wegen Informationsfreiheitsgesetz, wollen wir mal gucken, was mit der Klage ist. Also es hat immer eine Laufzeit von ein, zwei oder drei Jahren. Jetzt da noch eine Klage draufzusetzen, bringt nicht allzu viel. Ja, wobei ja die Direktoren gesagt haben, dass grundsätzlich die Politiker und Behörden eingeladen sind, da rein zu gucken. Und das machen wir noch. Ja, das machen wir. Ja, das sollte, ihr dürftet nichts kopieren, aber das würde ich zumindest... Ja, aber das war ja auch widersprüchlich. Ihr hattet gesagt, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Aber die Franzosen rücken das nicht raus, damit nicht schon wieder damit irgendwie Sensation zu... Das hat ja gar nichts mit den eigenen Daten zu tun. Das ist ja auch was mit Sachswerken. Eben, und das hat auch nichts mit den eigenen Daten zu tun. Ja, das haben wir gehört. Delfinhaltung ist sehr teuer. Zoos machen Verluste. Allgemein. Warum hält man dann an der Delfinhaltung fest? Die Delfinhaltung ist auch dann, würde ich mal so sagen, im logischen Bunkerschluss, der größte Publikumsmarkt. Und deshalb hält man dann fest. Ja, das ist ja der Irrtum. Das war ja genau die Sache Münster. Da gehen die nach wie vor von aus. Ich bin davon persönlich sogar überzeugt, wenn Nürnberg und Duis durch die Delfinhaltung einstellen würde, dass sie keine Besucherschwunde mehr hätten. Sie könnten ja alternativ was geben. Das hatte der Münsteraner. Leider nicht so deutlich, wie wir es gehofft haben. In der Stellungnahme hat er es wesentlich deutlicher geschrieben. Da hat er halt gesagt, in einem Satz, dass es seit Schließung des Delfinariums Münster 2013 Besucherschweigerungen gab und 2014 noch mal mehr. Jetzt gerade hat er es ja leider relativiert und gesagt, ja, das hat ja nichts mit den Delfinen zu tun. Aber es ist das mit den beiden Krähen, die sich gegenseitig kein Auge anpacken haben. Ich war am Samstag in Lüßburg. Hatten wir da die drei Vorstellungen reingezogen? Wir waren geliebt. Also das war sicherlich nicht einfach. Ja, also das hat auch sicherlich keinen Spaß gemacht, insbesondere den Amazonas-Kluss der Trieger allein rumgelöst zu sehen. Und mit, in meinen Augen, obwohl ich kein Erfensschwunder bin, aber absolut apathischem Verhalten, den Kopf immer aufs Wasser schlagen zu sehen, über zehn Minuten lang. Was ich gesehen habe, war, dass die erste Vorstellung, so ungefähr drei Minuten, der erste voll war, die zweite Vorstellung ausgebucht, da war kein Platz mehr. Und die dritte, ja, die war auch fast voll. Ich weiß nicht, inwieweit das vor anderen Gehegen oder so ähnlich ist. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt nur in dem kurzen Zeitraum ist, weil es ja nur eine halbe Stunde Vorführung gibt, dass sich das da so drängt. Aber vielleicht ist es wirklich unterweifend. Guck mal, in Münster war das Delfinarum auch immer voll. Wir haben ja mehrfach in Münster dokumentiert, da war das Delfinarum auch immer voll. Jetzt ist es weg, jetzt ist was anderes da, und trotzdem haben sie mehr Besucher. Also der Umkehrschluss kann nicht sein, wenn das Delfinarum jetzt nicht mehr wäre. Sie können es ja einer anderen Nutzung zuführen. Also man muss jetzt fairerweise sagen, Seelöwen kannst du viel einfacher halten. Sind auch Meereszeuger, aber kannst du viel einfacher halten. Die Sterberate ist fast null. Die sind einfach resistent. Und was weiß ich, ich sage nicht, sie sollen das machen. Aber wenn wir hier, die wir hier sitzen, auf Delfinhaltung orientiert sind und eingetunt sind, dann müssen wir uns darum kümmern und nicht jetzt um andere Tierarten, es sei denn, das möchte jemand. Aber daran kann es nicht liegen. Also die könnten meines Erachtens das ohne Probleme schließen. Also ich denke, die wichtigen Aussagen, mit denen wir politisch weiterarbeiten können in nächster Zeit, ist die Aussage, dass wir natürlich in alle Unterlagen reingucken dürfen. Das haben die uns ja mehrfach angeboten. Und dieses Angebot werden wir dankend annehmen. Also da werden wir die auch drauf festnageln. Und das ist auch im Protokoll und das ist öffentlich und das ist gestreamt worden ins Internet und sowas. Und das Nächste ist, was der Nikolas auch gesagt hat, dass die Zeiträume, die die immer anführen, wenn sie je nachdem, was sie mit ihrer Statistik ausdrücken wollen, mit Lebenserwartungen und Krankheiten und Sterblichkeitsraten, suchen die sich immer andere Zeiträume aus. Also wird jetzt die Aufgabe sein, diese unterschiedlichen Zeiträume mal zusammenzuführen und zu gucken, was das über lange Zeit macht. Aber für die guten Sachen ruht er sich einfach nur die kleinsten Momente daraus. Also wir haben so zwei tote Delfine in seiner Amtszeit. Ja, das ist ja schön. Aber wie viele haben wir jetzt in der Forschung, wie viele mussten da jetzt draufgehen, so weit sie kommen, wie wir heute sind. Nur wenn man von biologischer Nachhaltigkeit spricht, da muss man einen längeren Zeitraum natürlich zugrunde legen. Und da muss man eben ab 1965 zugrunde legen, auch wenn es am Anfang schwierig war, was durchaus auch nachvollziehbar war. Der Dr. Walter gemacht hat. Das war jetzt das Stärkste. Raus mit dem Schick und dann zurück mit dem Beluga. Und zwei Belugas hat ja illegal hier reingehört. Also ich finde zum Beispiel das Jahr 2000, wo ja nun auch drei Jungen Tiere gestorben sind, finde ich gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so... Also irgendwo ist das für mich nicht... Also wir haben ja in den letzten 22 Jahren, ich habe das Schreiben vom Ministerium hier, das wollte auch wieder nach unten pushen, es sind also sechs Tiere gewesen im Alter zwischen 11 und 32 und neun fast totgeboten, die nur ein paar Tage überlebt haben. Das sind 15 Tiere innerhalb der letzten 22 Jahre. Ja, weil die Aussage, die er getroffen hat, dass sie in ihrer natürlichen Umgebung, dass das ein Dricksloch ist, dass wir kein Immunsystem haben, also Entschuldigung, und dass die Babys in der freien Natur auch weggestellt werden. Ja, wo kommen die denn hin, in den Kindergarten? Hallo? Weil es ist ja in Tai Chi, wenn die die großen Frauen zahlen, das sind immer die Frauen. Ich habe es letztes Jahr auf dem Mal in den Kaisel Live gesehen und da wollen die Babys mit in der Gruppe. Also da kann jemand verzählen, weil es einfach nur Schwachsinn ist. Niklas, wolltest du noch was? Ja, ich wollte sagen, zu diesem Lebenserwartungsstudium. Das Wichtige ist, dass die Erstselektion bei den Wildfängen da ist die hohe Stärkigkeitsrate. Und die Selektion hat vor Jahrzehnten stattgefunden. Und dass dann in einem Zeitraum die Tiere, die das überleben, die sozusagen diese wirklich schwierige Situation, sich dann irgendwie einen Weg finden, dort zu überleben, die erreichen natürlich auch mit veterinärmedizinischer Unterstützung ein hohes Lebensalter. So, und wir sind jetzt genau in dieser Phase, ich habe das versucht, irgendwie rüberzukriegen, dass der Bestand in Gefangenschaft hält sich, weil den Finale geschlossen hat. Das heißt, die wurden unverteilt. Das sind aber alles sehr, sehr alte Tiere. Deswegen kommt man ja auch ab einer gewissen Zeitraum zu einer höheren Lebenserwartungsberechnung. Und ich würde die Frage umdrehen. Ich würde fragen, wenn ich keine Fischernetze habe, keine Ölverschmutzung, keine Nahrungsknappheit, keinen Lärm und was der Teufel was. Lohnt einem nicht viel älter. Das ist der Kernpunkt. Von der Nachzucht her, es gäbe, also die Studien, die Sie zitiert haben, also der eine hat doch gesagt, die durchschnittliche Lebenserwartung verhält man es unter zehn Jahren. Ja. Ich meine, wenn Sie mit acht Jahren reproduktionsfähig wären, das geht überhaupt nicht. Da gäbe es auch keine Vielpopulation. Also das sind viele Dinge, die ganz, ganz schlecht sind. Aber trotzdem würde ich raten, nicht nur die Lebenserwartung, weil auch wenn Sie länger leben, es geht um die Lebensqualität. Wie sieht das denn aus mit der Inzucht? Weil jetzt, ihr hieß es ja auch, wenn ich das so richtig verfolgt habe, Blöflinge sind ja verboten und 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 und, ist alles gut. Aber das heißt ja quasi, dass die untereinander, wie dann auch bei anderen Theatern, zu sich tauschen müssen. Das heißt doch eigentlich, dass die Tiere alleine von ihrer körperlichen Konstitution, von Krankheitsbildern und und und, eigentlich ganz anders zu bewerten sind, als Tiere in der Natur. Oder, glaube ich, da hält auch die falsche... Nein, also, die haben ja den Fehler gemacht, also nur Tiere erwarten. Nehmen wir an, die wollen züchten für Jagerhaltung. Dann dürften sie nicht aus unterschiedlichen Ozeanen Tiere kreuzen. Das ist ein Problem. Das zweite, kurz zu diesem Zugbuch, das ist für euch auch wichtig, Duisburg hatte das Zugbuch jahrelang, als, unter, als Koordinator, von Herrn Hartmann. Also Hartmann war Zugbuchkoordinator. Das heißt, hier ist sie hinzustellen und zu sagen, es liegt nicht bei uns, wir können keine Daten veröffentlichen, das ist ganz dreistisch. also ich finde, man muss es wirklich umdrehen, die Arbeit, die sie leisten mit Wildkatzen zum Beispiel. Die Lille und Wildkatzen leihen schon weit aus. da gibt es Veröffentlichungen mit, was weiß ich, 40% haben überlebt und das ist alles erfolgreich und 6% sind halt vom Jäger oder auf der Straße oder etc. aber die Maßstäbe, die sie hier ansetzen, da gibt es nur dach, ist die Rentekarzone erfolgreich? Beim Delfin sagen sie, ihr seid jetzt alles Delfinquäler, wenn ihr wollt, dass ein Delfin der Gefahr der Ausbildung ausgesetzt ist. Das ist absurd. Also ich würde sie wirklich versuchen, mit den eigenen Argumenten zu klagen, auf der Schweinsweiler, sie haben die Filme in der Forschung immer auf den Schweinsweiler verwiesen. Ja, 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 ja. Haben die nicht. Also verstehen sie. Die sind große Dünger hier, ja, Schweinsweiler. Also es gibt so viele Sachen die heute, ich fand es halt wirklich super, was die da von sich gegeben haben. Das Material, ja. Ja. Ich sag auch. Was wir auch noch die haben sich ja noch mit ausgeübt, das ist ja so. Ja. Und wie sind die zusammen wie etwa? Was war das für ein Geier? Ja, ich vergleiche es immer so, wenn ich eine Anhörung über Drogen mache, dann lade ich mir keine Drogendealer ein. Weil was sollen die mir, was sollen die mir erzählen? Dass Drogenverkaufen gut ist, die leben davon. So, die werden mir keine überraschenden Sachen sagen. Also nur Zugdirektoren einzuladen, ist total cool. Es war auch ein Vogelkundler, der ganz, ganz viel über Rotkehlchen und Frösche und Todes. Also als Qualifikation für den Vogelkundler wurden übrigens zwei Sachen angegeben. Zum einen organisiert der Zogepark Herborn Busreisen nach Duisburg ins Delfinarium und zum anderen beschäftigt er sich seit 2012 hobbymäßig mit Delfinen. Beide sind nicht süß. Die haben gerade genauso viele Infos wie wir. Also, ich gehe davon aus, dass die sich eben mit NABU schmücken wollten. Und das war ja so cool, dass NABU sich distanziert hat. Dass sie gesagt haben, oh, da ist jemand von der NABU und wenn die sogar für Delfinarien sind, dann muss da ja was dran sein. Und damit sind sie sehr gut freigefallen. Warum nimmt die das Belehrung gut da? Wir hatten ja alle die Stellungnahme zugeschickt bekommen, dass sich der NABU von Ihnen distanziert und ich hatte Herr Abel ja auch direkt nach vorne gebracht zum Ausschussvorsitzenden und das war ja auch gut so. Also alle Stellungnahmen, auch das Schreiben von NABU hat der Landtag jetzt heute auch nochmal oder nachveröffentlicht, ne? Neulich noch was. Da hat noch was bei. Von BDSF habe ich heute Nacht noch zwölf Uhr was hingeschickt. Der Abel hat drauf bestanden. Also er hat ja gesagt, können wir das mal hier vorlesen? Ja. Das ist ja vom Abel. Der Abel war stinkend sauer. Der war krass. Der war krass. Der war krass. Ja, ja, ja. Grundsätzlich war das gut. Grüne. Der Abel ist von den Grünen, ja. Aber fand ich gut. Habe ich das richtig gesehen, dass von der SPD nur eine einzige Person war? Zwei. Ne, zwei. Zwei, ganz am Schluss nur noch einer und am Anfang waren die sogar zu viert. Also in der zweiten Reihe haben auch noch zwei gesessen. Also der Rädelsführer ist der etwas kräftige. Das ist der Frank Börner. Der ist auch zum Vorsitzenden. Er hat gesagt, Herr Ortmüller fotografiert. Ich habe mit dem doch das Gespräch gehabt am 4. März wo ich doch die ganzen hier 2.345 Gramm Papier Protest schreiben auf Facebook. Da haben wir uns unterhalten. Da saß so eine relativ junge Sekretärin dabei. Da sagt, Herr Ortmüller, zu dritt war man. Da sagt, Herr Ortmüller, den Delfinen geht so gut. Die vermehren sich doch. Ich sage, mir lacht was anderes auf der Zunge. Ich habe es doch mit den Mäusen gemacht und nicht mit seiner Sekretärin. Wenn du zwei Leute lebenslänglich einsperrst oder Tiere, was machen sie, sie kopulieren? Ja, weil sie es können. Und weil sie wahrscheinlich sogar noch Spaß dran haben. Aber das ist der Grund der Sterblichkeit. Das stimmt wirklich mit dem Immunsystem. Aber dass die dann permanent kopulieren und dass sie natürlich stoppen müssen durch Antibabypille, wie sie es in Nürnberg ja auch machen, das ist auch eine Geschichte. Aber zu sagen, als tierschutzpolitischer Sprecher ist traurig, denen geht es so gut, Herr Ortmüller, die vermehren sich doch. Gerade während der Anhörung hat er mir noch gesagt, ich war ganz überrascht, er sagte, es wäre doch auch gut, dass das Delfinarium in Münster geschlossen wurde. Und dann dachte ich so, was kommt denn jetzt? Das war ja auch Mist, da waren ja nur vier Delfinen, das war ja doof. Dachte ich so, okay. Und es waren nur Männchen, es war ja nicht das Junggesin. für diese Entertainment-Geschichte. Ja, natürlich. Also wenn man so eine Vorführung mal gesehen hat, an Wissen wird vermittelt, Delfine sind Säugetiere, Delfine haben Flossen, wie die einzelnen Flossen heißen und dass sich Delfine in Treibnetzen verpangen können. Und dann wird es schon auf. Und ansonsten werden doch zum Beispiel kritische Situationen, wie auch da, Pepina hat da bei der Griffenshow ein Kind gezogen, wo dann das Boot so beim Anziehen aus dem Wasser kam und das Ding fast im Wassergang hätte, wird dann vom Trainer so ein lustiger Übergang, ach, Pepina ist aber heute stark, so nach dem Motto. Das ist das Lächerliche zu ziehen, was eigentlich in meinen Augen eine kritische Situation für das Kind braucht. Das haben wir schon öfters bequettet bei der Stadt, aber die Stadt macht nichts. Bei der ersten Show wäre das Boot fast vor den Felsen da geknallt, der da, oder die Felsnachbildung, die da in den Becken ist. Und es wird auch nicht drauf geachtet, ob die Kinder jetzt da im Becken ihren Fingerboot planschen, ob sie auf dem Bettenrand sitzen, bei der Linie treffen, was für die Kinder. Ja, aber was nützt das? Was nützt das? Wenn da ein Delfin kommt, der ist am Rand entlang. Das Kind fällt aus dem Boot, auf dem Rad drauf, ohne sich ins Wasser, mein Gesicht ins Wasser. Der Wickler hat ja eben seine Einladung wiederholt. Wir sollten ja unbedingt mal vorbeikommen. deswegen, er konnte dann einmal auch mal, wenn wir das Buch ansehen, bei einem Bekannten, der war mit so Frau und Kind da, hat dann eine Frau und Kind schmierig stehen lassen, hat sich dann dann mal, und er muss auch von hinten nicht sehr besonders... Das können wir ja kombinieren, wenn wir das Buch ansehen. Wir machen das jetzt mal kurz ein bisschen ungemütlich. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns mit der Demo vorher so unterstützt habt und dass ihr hier wart. Das gibt auch Kraft, denke ich. und wir müssen jetzt leider schon wieder zum nächsten Termin. Ihr auch. Schön, dass ihr da wart. Wir halten euch auf dem Laufenden, auch mit dem, was im Ausschuss gewesen ist und sagen auch rechtzeitig... Aber ihr müsst jetzt nicht fluchtaftig den Raum verlassen, also ganz entspannend, ja. Ihr könnt noch... Esst Kekse. Und danke, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Vielen Dank.